Hallo meine Freunde der Burgen und willkommen zurück zu Let's Play Skylander Spyros Adventure. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute nämlich den Lukas und den Felix, außerdem Durio und auch noch den Konrad mit C. Also ich tippe mal, er hat mehr als ein C, aber hat das C in seinen Namen, meine ich natürlich. Wow, erstaunlich. Alles ist so viel klarer. Bringen wir es zu den Ruinen zurück und bauen es in die Maschine ein. Gar kein Chaos mehr, der noch irgendwo auftaucht? Nö, anscheinend nicht. Jawoll, also okay, die zweiten Stellen hätten wir eh nicht bekommen, weil wir ja sowieso es nicht in der Zeit geschafft hätten. Seelensteine haben wir aber alle bekommen. Sehr schön, legendären Schatz haben wir bekommen. Wir haben die Hüte alle bekommen, wir haben einfach alles bekommen. Sonst, sehr gut, da bin ich zufrieden mit. Dann können wir die Kristallaugenburg auch wieder sehenden Auges verlassen. Und jetzt kommt wieder so eine coole Zusammenbausequenz. Die sieht ja immer ganz schick aus. So langsam nimmt das ja Gestalt an hier, unser Lichtlein. Gut gemacht. Du hast das Kristallauge gebracht. Es geht echt sehr weit runter, diese Maschinerie hier. Oh, da ist sogar Lava da unten. Uh, und da kommt jetzt hier was raus. Ein Prisma, wahrscheinlich zum Spiegeln dieses Kristallprisma hier. Von dem Licht. Momentan spiegelt sich da aber noch nicht so viel wieder. Na, was soll's? Danke. Jetzt müssen wir die ewige Erdquelle finden. Die Bewohner von Steinstadt haben sie geborgen und beschützen sie, bis wir dort eintreffen. Hurra, ja, endlich. Das war einfach. Was hab ich dir gesagt? Kinderleicht! Ach, abgesehen von Chaos, der wachsenden Finsternis und stinkenden Zyklopen, die alle genau das Gleiche suchen wie wir. Oh, ja, gut. Ha, also, wenn man das mit einberechnet. Dix kennt bestimmt den Weg. Wir sollten ihn fragen. Gut, dann fragen wir Dix doch mal. Sag mal, was hältst du von einem Besuch in Steinstadt? Äh, wenn du schon so fragst, dann sagen wir nicht nein, oder? Geh mal einfach direkt hin. Okay, Zeit zu buddeln. Aber wir müssen über die Steinbrücke, bevor wir anfangen. Folge mir! Haha! Ähm, sag mir Bescheid, wenn wir dort sind, okay? Äh, vielleicht sollte doch ich vorausgehen. Oh, Tatsache, ich geh auch voraus. Okay, das hier sieht so ein bisschen vielleicht asiatisch angehaucht aus. Schauen wir mal. Also gut. So weit kann ich dich bringen. Steinstadt liegt gleich hinter dem Zyklopen-Außenposten. Aber der Boden behebt schrecklich. Und diese Vibrationen. Ich spüre, dass hier etwas nicht stimmt. Hm, schick. Wow. Ja, da ist ein bisschen viel Wasser da oben. Da habe ich auch gerade schon eine Schriftrolle gesehen. Ja, ich glaube, mit den Zyklopen werden wir jetzt öfters zu tun haben. Da ist auch nochmal ein Gebiet. Ein Lebensgebiet. Wow, der sieht ja cool aus. Hilfe! Die ewige Erdquelle! Sie hat sich in ein scheußliches, grauenerregendes, schreckliches Monster verwandelt. Sieht aus wie ein Skylander. Schon wie ein Giant ein bisschen. Hat ein bisschen was für einen Crusher. Nur noch irgendwie gefährlicher. Na dann. NinjaSelfiff werde ich wahrscheinlich nicht so viel spielen, weil die einfach so übelstark ist. Und es ist einfach nicht mehr los, mit ihr zu leveln. Deswegen werde ich eher die anderen Charaktere spielen. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in einem Lebenselement sind. Da brauchen wir irgendwoher eine Bombe. Die, äh... Weiß ich aber gar nicht, wo wir die herkriegen. Gab's denn gleich schon hier? Irgendwo hier muss sie ja sein, weil... Ah, davon ist sie. Also ewig halten die Bomben ja auch nicht. Sie müssen ja eben so in der Nähe sein. Oh, Erfahrungspunkte mitgenommen. Dann nehmen wir auch noch das Bömb-Line mit. Haben jetzt ausglaublich sind sogar immer über 10 Sekunden, die wir Zeit haben. Ist das bei Hitler-Bombe unterschiedlich? Da hab ich noch gar nicht drauf geachtet. 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden... Oh! Nein! Wir waren zu langsam. Krass, da hat man echt nicht viel Zeit. Dann müssen wir auf jeden Fall die Kurven eng nehmen hier. Sobald wir das Bomben-Ding haben. Na. So, und jetzt nix wie zurück. Ansonsten müssen wir das mit Spyro machen, weil Spyro ja nochmal ein Tick schneller ist. Spyro ist ja unser... Ja, ich würde sagen, er ist unser schnellster Charakter. Vermutlich. Uh, das war knapp. Das war echt ganz knapp. Das hat sie noch geschafft, aber es war knapp. Also da war wirklich... Die ist genau explodiert, als sie explodieren sollte und keine Sekunde... Das ist schön. Die Zyklopalisa, oder was ist das? Monolisa. Ach so, weil sie nur ein Auge hat. Mono. Die Monolisa. Das ist schön. Okay, legendären Schatz haben wir gefunden. Die Monolisa. Ist nicht Stereo, die Lisa. Ah, okay, weiter mit Trigger Happy. Komm, nehmen wir nochmal unseren Geisterfreund hier. Gehen wir den... Kerl mit unseren Geisterfreund auf dem Geist. Bei Imaginators war es ja auch so, dass man immer so extrem viele Sachen gefunden hat. Also so extrem viele Erfahrungsbooster, würde ich es mal nennen. Also solche kleinen Kugeln, wo man immer extrem viel Erfahrung bekommen hat. Die gibt es hier logischerweise auch nicht. Die waren bei Imaginators natürlich dafür da, dass man seine selbst erstellten Charaktere auch ein bisschen schneller leveln konnte. Okay, hier gibt es viele Augen. Wahrscheinlich müssen wir alle drei Augen aktivieren. Aber die Bombe echt nur für da. Bisschen nix mehr, wenn man sonst noch die Bombe braucht. Okay. Wunderbar, jetzt hat er erwartet, dass man die Bombe auch noch für irgendwas anderes braucht. Äh, ja witzig. Irgendwie komme ich hier wieder runter. Ah, so. Dann kann er direkt wieder runterlaufen. Das war für mich in dem Moment nicht zu sehen, weil er auch so kurz, kurzer Festgang ist. Ja. Ja, das sind hier echt mal Zeitsachen, wo man wirklich schnell sein muss. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Im Blauwassersumpf. Wir haben ja den Gilgrunt noch gar nicht so viel gelevelt. Deswegen nehmen wir den jetzt mal wieder. Damit er auch nochmal hier ein bisschen stärker wird. Uiuiuiuiui. Gut, dass wir hier die Attacke haben, wobei gewisse Gegner gleichzeitig kämpfen können. Hier ist gar nicht schlecht gerade gewesen. Da haben wir uns hier echt gerade viele vom Hals gehalten. So, aufgespießt. Ah, diese blöden Dreher. Ich vergesse immer, dass ich die da nicht angreifen kann. Die nerven schon ein bisschen, muss ich sagen. Danke. So, am Glück gibt es hier noch ein bisschen Käse. Ich hoffe, du magst Käse, Gilgrunt. Wenn nicht, dann, ja. Blöd gelaufen. Musst du ihn wohl oder übel trotzdem essen, um deine Lebensenergie wieder aufzufüllen? Und ich denke, das ist es wert. Da kann man dann auch mal in den... Normalerweise würde man sagen, bitteren Apfel. In dem Fall dann wahrscheinlich dick gegen Käse beißen. Ah, da ist die Schriftrolle. Ich wollte gerade schon da weitergehen, weil ich dachte, das hier wäre der Weg, wo es weitergeht. Aber nein. Hier ist die Schriftrolle versteckt. Ich glaube, die neunte, die wir jetzt schon haben. Ich glaube, bei 10 gab es auch nochmal einen Erfolg, wenn man 10 Schriftrollen hat. Ich glaube, es gab, glaube ich, auch nochmal 40 Gamerscore oder so. Da wird ja der Gamerscore-Hunter wieder geweckt bei mir. Gut, noch ein Meer aus Gold machen dich zu einem Portalmeister. Entweder hast du das Glück, mit der Macht geboren zu werden, ein Portal zu beeinflussen oder eben nicht. So einfach ist das. Was wir nicht wissen ist, wieso die Anzahl an Portalmeistern über die Jahrhunderte hinweg steigt und fällt. Vielleicht erscheinen sie, wenn sie am dringendsten gebraucht werden. Klar. Oder wenn neue Skylanderspiele erscheinen, man weiß es nicht. Ich nehme das ja gerade im Januar auf, deswegen weiß ich noch nicht, ob dieses Jahr ein Skylanderspiel erscheint. Kopf es einfach mal. Eigentlich waren die Skylanderspiele ja schon immer ganz nett. Das hier mag ich zum Beispiel auch wieder ganz gerne. Wobei das ja auch das erste ist und eigentlich auch meiner Meinung nach, ja, bisher gefällt es mir fast noch am besten mit. Weil es einfach so viel Abwechslung bietet, so viele verschiedene Level, bei Swap Force auch ziemlich cool war. Imaginators war jetzt zwar von der Story nicht so... Ah, jetzt bin ich nicht hoch. Imaginators fand ich damals von der Story zwar nicht ganz so überragend, aber Imaginators... Wobei die Story war auch nicht so schlecht. Bei Imaginators war es vor allem cool, dass man einfach so viele böse Charaktere spielen konnte. Das war damals echt eine feine Sache. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal ein bisschen surfen. Steinläufer, feurige Magenverstimmung. Okay. Oh ja. Das mit der feurigen Magenverstimmung kennen wir ja auch schon von Eruptor. Wobei wir den in dem Spiel gar nicht gesehen haben, da wir den ja nicht haben als Charakter. Aber der ist hier, glaube ich, auch zum ersten Mal aufgetreten. Oh. Die erste Truhe. Da haben wir bisher jetzt noch eine gefunden. Schauen wir mal, ob wir da noch mehr von finden. Zumindest sollte es bald wieder Verbesserungen finden. Wie überall Augen drauf sind, auf allen Münzen oder was auch immer man hier findet. Auslandige Geergrunt auch schon wieder. Das ist gut. Stufe 3 sei auch schon. Wo führt uns denn das hier hin? Ah. Und da hätte man jetzt nochmal... Da wäre man jetzt auf jeden Fall nochmal auf die Schriftrolle gestoßen. Ich verstehe. So war das vom Spieldesign gedacht, dass man die auf keinen Fall übersehen kann, diese Schriftrolle. Die Schriftrollen sind ja auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht mehr. In irgendeinem Spiel waren diese Schriftrollen so ewig lang. Ich glaube, das war auch bei Swapforce, wo wir sie dann irgendwann nicht mehr durchgelesen haben, weil sie so extrem lang waren. Oh, du greifst uns gar nicht an. Ja, umso besser. Ähm, wo müssen wir lang? Müssen wir da lang, oder? Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ihr Zauberkninig. Zauber verleiht Gegnern in der Nähe magische Rüstung. Das mag ich aber gar nicht so gerne. Das gefällt mir nicht so. Ah, ein Schlüssel. Der Schlüssel zum... meinem Herzen. Nein, ich weiß nicht ganz genau, was dieser Schlüssel ist. Ach, voll die Energie haben wir auch wieder. Jawoll ja, was auch immer da unten kommt. Gleich geht es dort. Ah, haben wir ihn gerade mal ein bisschen Lava spucken sehen. Oh, die bleibt sogar relativ lange da, die Lava. Jetzt können wir nochmal hier außen rumsurfen. Naja, ich glaube hier ist nichts mehr, wo es sich lohnen würde zu surfen. Selbst die Chompis haben gerade Rüstung von ihm verpasst bekommen. Hat aber ihn aber auch nicht so viel verpasst, äh, nicht so viel gebracht, weil die draußen nicht so viel aushalten. Und einen Seelenstein haben wir gefunden. Ist bestimmt Eis-Element, oder? Der sah so bläulich aus. Seelenstein gefunden, neue Kraft verfügbar für Lux, also der Luxus. Blitzerfeld heißt diese Kraft und sie ist für Lightning Rod. Und wie bist du so, Lightning Rod? Ach, sowas Zeus-mäßiges bist du, Lightning Rod. Oh ja, der ist definitiv von Zeus inspiriert. Aus der griechischen Mythologie hat er es auch in dieses Skylanderspiel gebracht. Aber ist ja klar, irgendwoher müssen sie ja auch ihre Inspirationen immer bekommen, die Macher von Skylandern. Und da bieten sich natürlich so mythologische Sachen gut an, weil die natürlich auch immer so coole Fähigkeiten damals hatten, wie Blitze, Schleudern und sowas. Diese Götter. Das ist die Mythologie in der Griechung. Ah, da ist der Schlüssel. Genau, der Schlüssel haben wir schon gefunden. Da wir hier alles so gut erkundet haben. Ja, wo ist der Jumpy? Ja, genau. Ich muss hier mehr die Wasserfähigkeit machen, die ist ja viel... Damit macht man die gesamten Sachen ja viel schneller kaputt. Und wir machen hier erstmal auf. Mach hoch die Tür, das Tor, mach weit. Es kommt gleich der Grund der Herrlichkeit. Sieht ja eher nach Geisteelement aus. Ah ja, das hatten wir auch schon mal in irgendeinem vorherigen Dingens gesehen. Äh... Wo muss hier was hin? Wahrscheinlich müssen wir hier auch einen Weg bauen oder so. Ah, ich glaube, hier muss man... Ja, genau, den schieben wir jetzt wieder da rein und dann können wir da oben rumlaufen. Ich weiß, es gab auf der linken Seite auch noch einen Weg, aber ich tippe mal hier. Das ist eher das Bonusgebiet, wo ich hier gerade rumlaufe. Den müssen wir auch noch verschieben, damit wir dann wieder weiterkommen. Ah, Gilgrunt. Die Stufe 4 mache ich jetzt nochmal mit Gilgrunt und dann wechsle ich, glaube ich, wieder zu Terraphin. Damit ich den auch nochmal stärker machen kann. Unser Meister vom Erdelement. Okay, da ist der Schlüssel. Das heißt, es war doch der Weg hier, den wir einschlagen mussten, um weiterzukommen. Dann Schlüssel brauchen wir. Ist das das Schloss schon in der Mitte hier? Ne. Das Schloss ist auf der linken Seite. Ah, okay, dann gab es hier gar kein Bonusgebiet. Oh, es sind drei Schlösser. Okay. Naja, zumindest zwei können wir aufmachen. Oh, schade, dass wir nicht alle drei am Lendenwehr gleichzeitig alle drei aufmachen können. Das hätte vielleicht noch ein bisschen cooler ausgesehen. Na gut. Was soll's. Was ja auch gar keine Gegner sind. Ah. Kommst du her, du Dieb? Das ist doch bestimmt der Schlüsseldieb. Ja, ich wusste doch, dass du mir den Schlüssel klauen willst. Mittlerweile kenne ich euch doch, ihr kleinen Gemeindiebe. Ihr teuflischen Kerle, ihr. So, erste Stufe aufgestiegen. Jetzt müssen wir uns merken, dass wir den auf jeden Fall nach diesem Level wieder verbessern. Nehmen wir Terraphin. Also, der trojanische Helm steht ihm ja eigentlich sogar. Das sieht nicht schlecht aus. Und dann gehen wir wieder unterirdisch. Wobei, das Erdgebiet hier wird ja eh gleich wieder vorbei sein, habe ich so das Gefühl. Da sind noch ein paar böse Knilche. Der dreht schon völlig durch da unten, der Knilch. Ah, hier können wir wahrscheinlich so einen reißen. Ja. Schön, alle wegbauen. Wir merken uns, wir müssen immer jetzt alle Truhen kaputt machen. Oder alle Kisten auch kaputt machen. Weil es könnte sich ja noch etwas dahinter verbergen. Sowas wie ein legendärer Schatz. Wie die Mono Lisa. Oh Mann. Mit einer der besten Witze, die das Spiel auf jeden Fall gemacht hat, die Mono Lisa. Ah, die haben jetzt mehr Rüstung. Das heißt, die halten jetzt noch mehr aus. Aber nicht genug. Ah, Terraphin ist jetzt auch schon Stufe... Was heißt auch schon? Ist endlich Stufe 2. Da bekommen wir eine Bombe. Da müssen wir nach oben. Aber wo brauchen wir da was oben? Ist hier noch irgendwas? Nee. Aber die Bombe brauchen wir irgendwie. Ah, vielleicht kann hier irgendwas versinken oder so. Einer von den Steinen. Hier ist doch weg. Ah ne, die Steine müssen wir auf jeden Fall da so rüber schieben. Ah, die Bombe kriegen wir schon noch. Ach, der muss da rüber, der Stein. Oh, ich glaube, ich habe gerade etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen. Oder? Können wir den da oben auch runterschieben wieder? Dann geht es auch noch weiter. Ah, ne, den können wir da... Ah, da ist ein Erdloch. Vielleicht ist in dem Erdloch was verborgen. Ne, das Erdloch ist anscheinend nur für Steine gedacht. Na, dann halt nicht. Okay, da brauchen wir noch einen Stein. Dann verwenden wir den erstmal dafür, dass wir den da rüberschieben. Nein! Verdammt, wir haben uns hier verschoben. Wir kriegen die Bombe nicht. Nein! Wie ich das lasse? Verdammt, da haben wir uns damals echt misskriegt. ausgebaut. Ah! Normalerweise war es immer so gemacht, dass man das dann trotzdem nicht verkacken konnte. Okay, erst denken und dann hier schieben. Merken wir uns fürs nächste Mal. Ach, schade. Können wir hier doch nicht raus. Schade. Ich hätte echt noch gerne geguckt, was da drin ist in dem Gebiet. Naja, dann halt nicht. Normalerweise war es ja echt immer so, dass man es gar nicht verkacken konnte. Es ist immer noch eine Möglichkeit, da weiterzukommen. Ach, dann können wir den Stein noch wieder rüberschieben. Vielleicht geht's mehr. Dann kann man auch nur in die andere Richtung schieben. Schade. Äh, andere Sache. Wie komme ich da rüber? Ach so, den müssen wir darüber schieben. Wahrscheinlich dann, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Können wir den ja trotzdem nochmal ganz nach da schieben, in der Hoffnung. Nein, wieso können wir den da nicht weiter schieben? Ach, gemein. Da hat das Spiel gerade eben... Hat das mich überlistet. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ah, nee. Und dann gibt es echt keine Möglichkeit mehr hinzukommen. Ah, ärgerlich. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Stein übersehen gehabt. Können wir den jetzt auch noch da hinschieben, dann haben wir es komplett verkackt. Wobei, den kann man gar nicht mehr viel schieben. Nee, hier gibt es auch keine Möglichkeit mehr, Stein rum. Aufzuschieben, glaube ich. Umsonst irgendwie die Bomben gab es ja auch nicht in dem Gebiet. Nee, da gibt es nur Diche, der das da rumpballerst. Nee, das war es definitiv an Bomben. Schade, dass die das hier auch nicht aufbomben können. Das wäre natürlich auch praktisch gewesen hier. Ach so, das ist nur ein Seelenstein. Na gut. Natürlich die Frage, für wen der Seelenstein ist. Kann man das sehen von hier aus? Ich muss das mal zuschauen, aber... Ich sehe es nicht, für wen der Seelenstein ist. Ich hoffe, das ist nicht für einen der Charaktere gewesen, die wir hatten. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen. Wenn wir den verpasst hätten jetzt. Naja, was soll's. Man kann nicht immer alles bekommen. Ich glaube, die Seelensteine zählen aber auch zu dieser Statistik ganz am Ende dazu. Das heißt, unsere Statistik ist dann nicht mehr perfekt. Unsere perfekte Statistik. Nein. Schade, dass wir dich nicht irgendwie gerne kauen können. Das wäre natürlich auch noch schön gewesen. Wart soll's. Wart soll's. Kann man hier rüberschieben. Und dann gehen wir oben rum und kommen dann auch gleich weiter. in diesen doch etwas erhöhten Level. Irgendwo und nirgendwo schwebt. Jetzt habe ich auch noch irgendwas Schönes gesehen. Ah, da ist er auch schon. Und er haut ab vor uns. Hat Angst. Ich möchte ja sagen, an der Stelle zu Recht. Glück gehabt, dass er ihn nicht zermatscht hat, sondern dass er ihn nur weggeschleudert hat. Ja, hallo auch. Erst den Knirsch, oder? Dann haben wir einfach nicht mehr so viel Lohnenergie. Mann, oh, jetzt spuckt er hier schon alles voll. Dann kann ich weiter, aber ich muss kurz warten. Noch mal einen Blick. Nein. Ich muss es wohl einsehen. Ich habe es an der Stelle verkackt. Kommt manchmal auch vor. Ganz selten natürlich, nur. Oh, nächster Tufenaustieg. Willkommen im Randbezirk. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas drüber verborgen. Oder irgendein von denen. Hier liegt einfach so ein bisschen Münzen rum. Gibt es auch noch so ein kleines Häuschen. Da können wir früher später auch noch hin. Oh, ein weiteres Gebiet. Dieses Mal für das Lebenselement. Dann setzt mir doch jemand von Lebenselement drauf. Ninjas Delft-Elf ist persönlich. Und den haben wir ja doch in Form von Ninjas Delft-Elf. In dieser Zone sind Skyländer des Lebenselements. Hier in der rebellischen Stadt. Hier konnte man, glaube ich, runterspringen, oder? Ja. Hier kann man runter. Die Häuser kann man nicht kaputt machen. Zumindest die lassen wir stehen. Oh, das stand sogar relativ groß zu sein, das Gebiet, in dem wir hier uns für genügen dürfen. Hier ist irgendwas zum Springen. Da kommen wir dann in eine grühere Ebene. Na dann mal ab nach oben. Ah. Brauch mal auch eine Truhe. Wenn ich richtig mitgezählt habe, die zweite, die wir bisher gefunden haben in dem Level. Oh, ne. Ja, doch, doch. Es steht nur da, wir haben eine gefunden. Das war nicht die letzte. Ja. Okay, gut, dass wir keinen Fallschaden bekommen. Das war nämlich dann doch ein etwas höherer Sturz, den wir hier gerade vollzogen haben. Ah, da ist auch irgendwas drin in dem Haus. Okay, waren anscheinend nur Münzen. Aber er hat auch so schön geläuftet hier. Ist sehr ruhig momentan noch. Ich finde, es ist ein bisschen wie Gegner. Ist ein bisschen ungewohnt, dass hier keine Gegner sind. Aber irgendwann kommen hier bestimmt auch nochmal Gegner. Ah, da kriegen wir auch nochmal eine Bombe. Ich komme mal wieder mit raus. Bäh? Wo brauchen wir die denn? Ah. Ah. Das ist neu. Ah ja. Dafür brauchen wir die Bombe. Okay. Um das letzte Geschenk einzulösen, brauchen wir die Bombe. Ganz zurücklaufen können wir, glaube ich, nicht. Dass wir da noch was anderes aufstrengen können. Das, was wir übersehen hatten. Einmal runter mit dir. Und dann nochmal gleich nach oben mit dir. Und dann schmeißen wir die Bombe auch gleich. Schön. Treffer versenkt. Truhe gefunden. Geschenk gefunden. Alle zufrieden. Ich muss sie leider den Feshut absetzen. Und einen Zylinder dafür aufsetzen. Der sieht aber auch cool aus. Jetzt ist sie Zylinder-Stealth-Elf. Das ist so schön, wenn die Hüte einfach nur so groß ist, dass man den Skylander darunter fast nicht mehr sieht. Das finde ich sieht immer sehr witzig aus. Diese Arba-Ninja-Stealth-Elf sind dann doch ein bisschen zu stark. Deswegen nehmen wir lieber jemand anderen hier an der Stelle. Das habe ich so untergeschmissen vom Tisch. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Du brauchst ein Lebensgeiländer, um dieses Tor zu öffnen. Aber da das Tor schon offen ist, brauche ich den jetzt nicht mehr. Deswegen gehen wir weiter nach oben. Oh, wir haben alle Gebiete entdeckt. Zur grollenden Schlucht, wo uns der Bosskampf gegen... ...den der droht. Der auch schon mächtig schlechte Laune zu haben scheint. Dieser Steinriese. Oh ja, der hat auch leider nicht viel Lebensenergie. Wow! Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht! Mit dir sein, Servus!